Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bei uns scheint, ja, ununterbrochen die Sonne und das seit Tagen. Betrüblich wird man allerdings gestimmt, wenn man sich die Preise und nicht nur die Benzinpreise ansieht. Auch alles andere, insbesondere die Lebensmittelpreise, sind extrem gestiegen. Und das nicht erst seit dem Krieg in der Ukraine, wenn unser Wirtschaftsminister das auch, ja, mit einem treuen Lächeln, so wie er es gut kann, uns immer vermitteln will. Er ist wohl ein Meister des Wortspiels. Er schafft es in einem Satz zwei, na, ich möchte es mal vorsichtig ausdrücken, Unwahrheiten zu platzieren. Denn erstens, er sagt, es wäre durch den Russlandkrieg in der Ukraine, dabei wissen wir doch alle, dass die Preise schon seit mindestens einem Jahr extrem ansteigen. Und zweitens sagt er, wir werden ärmer, das macht uns ärmer, sagt er wörtlich. Dabei meint er nicht sich, sondern uns, das Volk. Er verdient genug, seine Kollegen verdienen genug, uns, da meint er nur uns. Er und seine Kollegen, die beiden Führungspersonen aus der Ampelkoalition, Herr Habeck und Herr Scholz, sind außerdem in einem furchtbaren Dilemma. Sie möchten einerseits natürlich moralisch wertvoll und hochwertig sein. Sie wissen aber, dass sie an der Macht sind, weil die Mehrheit der bundesrepublikanischen Bürger sie gewählt hat. Und hier sind wir mal wieder bei meinem Lieblingsthema oder einem meiner Lieblingsthemen, die Mehrheit der deutschen Bürger. Besonders in der Falle steckt Olaf Scholz, ist er doch der Chef von Janze. Er ist ja manchmal ganz verjässlich, aber kein Dummer, nicht wahr? Und er weiß ganz genau, wenn die Leute, also die Mehrheit, seine Wähler, wenn die Mehrheit friert oder im Dunkeln sitzt, dann geht nichts mehr, weder für ihn noch für seine Parteifreunde und alle müssen auf ihre Kohle irgendwie verzichten. Also macht man Kompromisse, auch wenn man die hohe moralische Messlatte, die man der Bevölkerung ja immer einredet oder suggeriert, dass sie sie einhalten müssen, auch wenn man diese moralische Messlatte selbst dabei nicht einhalten kann. Aber Herr Scholz ist Herr Scholz, Herr Habeck, Herr Habeck, Herr Lindner, Herr Lindner und die anderen alle auch. Und darum geht das alles so, wie es geht. Apropos die moralischen Appelle, hier haben wir einen Text zu den vielen Berichten in den Mainstream- und Qualitätsmedien zu dem Konflikt und Krieg in der Ukraine. Unter jedem Bericht ist dieser Text zu finden. Angaben zu Kriegsverlauf und so weiter können nur durch offizielle Stellen der russischen und ukrainischen Regierung gemacht werden. Und man könne diese Berichte nicht verifizieren, also man könnte nicht kontrollieren, ob die wahr sind. Also mit anderen Worten, alles, was wir erfahren, könnte Kriegspropaganda sein. Und in diesem Zusammenhang ist uns aufgefallen, dass der Anteil der ukrainischen Meldungen in den Medien sehr viel stärker vertreten ist als die der Russen. Und wenn wir davon ausgehen, dass alles möglicherweise Propaganda ist, naja gut, macht euch eure Gedanken. In diesem Sinne und unser Fazit, gerade auf diesem Gebiet, können wir feststellen, es wird höchstwahrscheinlich alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und geht hinaus, Leute, geht weiter für ihre Meinung auf die Straße, ob ihr spazieren oder demonstrieren geht. Habt soziale Kontakte, redet mit den Menschen, sagt eure Meinung und es gilt wie immer, Angst muss nur der haben, der sich Angst machen lässt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ciao und tschüss. Ciao und tschüss.